Ich habe Diamant gefunden, ich habe Diamant gefunden, ich habe Diamant gefunden, ich habe Diamant gefunden, ich habe Diamant gefu- Ups Super Power Ranger, da sind wir wieder! Ja, das war eine super Begrüßung. Jetzt gehst du nach oben und machst deine Leitern fertig, weil ich versauere hier unten. Ich habe hier vier Redstone oder noch mehr und ich komme nicht weg, ich bin auf Ebene, warte mal, Ebene viert, nee, elf. Ja. Ja, ich mache Gänge, ich fange schon mal mit so miesen Gängen an. Also ich habe, was war das denn? Warte, ich muss mir kurz was craften, dann bin ich ready. Ich will nämlich diese ganze Mungo-Aktion miterleben. Ich habe doch schon Leitern, ich habe genug Leitern. Ja, dann komm her und werf die Leitern runter. Du weißt schon, dass wir ungefähr 64 Leitern brauchen. Ich habe 54. Das wird nicht niemals reichen. Ja, okay, es reicht vielleicht. Das wird nicht niemals reichen. Doch, ich habe Eisen gefunden. Guck mal, was ich hier alles finde. Was ich hier alles finde, ja? Und du? Ja. Was machst du? Ich komme mir so nutzlos vor. Ja, ich sehe nur deinen Namen da oben hin und her tanzen. Ja, da ist er. Da ist er. Komm, komm, ja, 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 komm. Ich, Putzfrau, ich komme. Hier, werf runter. Hier kann ich runterwerfen. Hier, ich werf dir Blumen entgegen. Ja. Also viel brauchst du gar nicht. Natürlich brauche ich so viel. Brauche alles. Her damit, immer her damit. So. Ups. Wow, Junge. Willst du uns beide umbrechen? Bin gefallen. Das war schon ganz schön dumm. Wieso? Bin unten? Ja, das so unten bist du, weiß ich. Äh, da gehen wir in den Gang rein. Wir brauchen Eisen. Eisen. Ich suche. Ach, da ist Eisen. Geilo. Also unsere Leiterstruktur ist so schlecht. So unglaublich. Der ganze Gang ist irgendwie voll gekleistert. Irgendwo in jeder Hecke hängt irgendwo. Guck dir mal mal den Weg nach unten an. Das hat nichts mit gezielten Minecraften zu tun, sondern einfach nur hinbauen. Das ist ganz komisch irgendwie. Sonst habe ich immer voll den Plan, was ich so bauen will. Ich mache mir wirklich so Gedanken. Ich liege abends im Bett und so. Nein, tue ich nicht, aber auf jeden Fall. Diamant, Diamant, Diamant. Ich habe Diamant gefunden. Ja? Ich habe Diamant gefunden. Ich habe Diamant gefunden. Ups. Wie du das Diamant gefunden hast? War ich? Ich habe Diamant gefunden. Wir haben immer noch keine Betten. Bist du jetzt etwa wieder da gespawnt? Ja. Ja, komm her. So, da bin ich. Und du hast meine Sachen schon mal alle geklaut, ne? Ne, liegt da alles. Ja, sorry. Ich habe mich ein bisschen gefreut. Da musste ich mir mal... Wo hast du Diamant gefunden? Ah! 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 Ist das... Jetzt bau ihn nicht ab. Bau ihn nicht ab. Du hast keine Eisenspitze. Nein! Alter, ich kann dich noch nicht schlagen. Mungo. Ja, probier es nochmal. Schlag mich. Mach ich. Die ganze Zeit. Haha. Nein, lass das nicht. Ich habe keinen Game Mode drin. Ich habe keinen Game Mode drin. Habe ich echt nicht. Ich crafte einmal drumherum. Das sind bestimmt mehr Diamanten. Du craftst es einmal drumherum? Ja, noch mehr Diamanten. Geilo. Nochmal Diamanten. Noch mehr. Da unten sind noch mehr. Lava! Geilo. Warte, nicht töten. Tötest mich so oft. Bist du gemein zu mir. Ah! Oh, das war ja mies. Homo. Wie geil wie hierher, ne? Du kannst keiner mehr vorwerfen, dass wir schlecht sind hier, ne? Wie schnell wir Diamanten gefunden haben. Unglaublich, oder? Runter in die Höhle und bam gefunden. Das ist aber einfach nur Skill. Das muss man verstehen. Ja, ist Skill. Das ist einfach reiner Skill. Und guck mal, das ist wie hoch mein Skill sein. Muss das selbst du? Ich meine, du bist der absolute Noob, ne? Und dass wir so schnell was finden. Das ist es. Die Leute, die mich kennen, die wissen auch ganz genau, sagen so, Kev, ja, das ist einer, der findet niemals Diamanten. Der ist einfach nur zu hässlich. Alter, das ist so eine fette Quelle. Wie viele sind denn das hier? Das sind nämlich viele. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Diamanten. Fünf für mich, ein für dich. Ja. Okay, gut, das ist abgemacht. Ich gehe hoch. Ne, hast du Eisen? Ich habe... Dann machen wir uns schon mal eisenmäßig irgendwas. Ne, wir schmelzen das hier unten, okay? Ich habe nämlich hier... Ich mache eine Crafting-Bench. Mann, machen wir alles vor Ort. Wir sind hier ja Profis. Wir sind flexibel. Ganz einfach. Wir sind flexibel. Oh, hier ist ja fettes Kohle-Vorkommen. Das ist ja mehr als geil. Unnormal, unnormal geil, Alter. Ich habe das Gefühl, wir sagen immer wieder das Gleiche. Aber wie ich schon sagte, gebt uns gerne mal Hinweise, was wir bauen sollen. Wollt ihr mich verarschen? Wie weit geht denn das hier noch rein, Alter? Ey, aua. Das ist ein Zombie. Wo? Na, der hat dich doch gerade geschlagen. Ach so. Das ist so ein... Ey, was ist das für eine Kohlequelle? Die geht ja richtig tief. Dann hol da alles mal raus. Wir brauchen viel. Ja, ich glaube, so ein Mietenarbeiter in Acht. Weil, weißt du, mir ist immer so kalt so schnell. Und dann brauche ich irgendwie was, weißt du, damit es mit mir wärmer wird. Und ich meine, normalerweise benutze ich ja dich. Aber manchmal hat er halt auch keinen Bock auf dich und so. Und dann brauche ich irgendwie einen Ofen. So ein Tipp, den ich privat zu Hause benutze. Ich meine, wenn es mal kalt unter der Decke ist, dann Wärmflaschen. Das ist für Pussys. Nehmt einfach eine glühende Kohle und legt ihr euch zwischen die Beine. Fertig. Das bringt dich auf Tour. Niveau. Ich höre schon die Leute schreien. Ah, Kev, voller Scheiß-Tipp. So. Hast du eine Dings da? Da liegt irgendwas, was du haben kannst. Hier, ein Eisen. Bitte sehr, mach dir eine Schaufel. Oder, ne. Da drin ist noch mehr Eisen. Crafte dir was. Crafte dir ordentlich was. Ich baue, ähm, ich baue keinen Diamant ab. Also keine Sorge, dass jetzt irgendwie... Ich baue Diamanten ab. Ich baue die Diamanten... Wo sind die ganzen Diamanten hin? Hä? Hä? Wo sind die hin? Ich habe mir gerade eine Eisenspitzhacke gemacht. Jetzt sind plötzlich alle Diamanten weg. Dann baue ich die Redstone ab. Na, na, na. Na, na, na. Naja, keine Diamanten für Kev. Ja, ich merke das schon. Ich werde hier schamlos ausgenutzt, aber... Das ist ganz klar. Ja, deine Dummheit wird schamlos ausgenutzt. Ja, vor allem... Es ist doch schön, wenn man so dumm ist und das gar nicht checkt. Ist hier ein Selfnist-Track oder so? Wir sind schon so tief, das wird dunkel hier vorne. Boah, hier unten steht ja Redstone. Was haben wir jetzt alles? Wir haben sechs, also ich habe keine Diamanten, aber... So, wir müssen jetzt einmal, würde ich mal sagen, irgendwie auf Jagd gehen oder so. Da ist doch bestimmt was. Ja, ja, ich wollte hier nur kurz Diamanten fahren. Welcher Hülsen wir denn eigentlich? Auf zehn? Sind hier die meisten Diamanten oder was? Nö, aber ich habe einfach so tief runter gebuddelt und dann... Zack, ich gehe jetzt einmal hier rein. Wohin gehst du jetzt? Ist da eine Höhle? Hau ab. Nein! Ist da eine Höhle oder wie bist du so schnell weg? Aua. Ah, ich bin gleich tot. Hauf! Entschuldigung. Ich hatte gerade irgendwie das Verlangen. Also vor allem, ich habe auch kein Essen. Du tötest, du schlägst... Ja, hier kommt ein Zombie. Ich höre uns. Ja, dann lass da einmal hin. Ich will einmal in eine Höhle rein hier. Ja, genau. Ich muss einmal... Nein, da ist nichts. Hier ist nichts. Okay, hier ist Eisen. So. Also Vorräte haben wir dann erstmal genug. Hä? Das wird leiser? Wohin gehst du denn dann? Schau... Es ist ja bei Minecraft so, dass es immer aus einer gewissen Richtung kommt. Oh, geil. Lapis. Äh, ich meine Redstone. Muss man schon unterscheiden können, ne? So farbenmäßig. Ja, sorry, dass... Oh, ich höre einen, ich höre einen, ich höre einen. Wo ist er? Wo ist denn der Typ jetzt hier? Irgendwie müssen wir hier so in die Ecke rein. Der ist jetzt ganz nah. Ach, hier ist Reve. Der ist über mir. Ich höre das. Ich werde gleich gleich klar über mich rein, aber es ist mir jetzt egal. Ich glaube, der ist auch über mir. Ja, wir wollen uns jetzt hier einfach irgendwie so hoch. Den finden wir schon. Ich höre auch noch irgendwas brennen. Wie kann das denn sein? Also, ich höre auf jeden Fall... Ich höre Slimes. Ich höre Slimes, Mongo. Ich höre Slimes. Mongo Slimes? Ja, komm her. Wir bauen hier in diese Richtung. Ich höre... Das ist eher hier, so bei mir. Bei dir ist nichts. Ich hacke das in Minecraft. Er ist direkt bei mir, ich höre ihn. Ja, ich auch, aber das ist so nah und man weiß immer nicht, wo es herkommt. Ja, ich habe ihn. Da, hier ist Gravel. Und ich höre Wasser. Ich höre jetzt auch alles. Er wird immer lauter bei mir, also. Er wird immer... Was? Wo bist du? Da geht den einen Weg dann, den ich gemacht habe. Wir haben uns beide verloren, Mongo. Nein, haben wir nicht. Doch, und ich weiß nicht, wo er ist. Aber der muss hier irgendwo sein. Nur wegen dir. Wir hätten zusammenbleiben müssen, dann hätten wir ihn schon. Ich höre doch, hier ist immer lauter. Ich habe ihn doch gleich. Ja, ich dachte das eigentlich auch, aber... Ich habe ihn! Bist du tot? Hoffentlich bist du tot. Hier steht einfach so ein Skelett, aber das ist ein Fehler. Bongo. Warte. Ich habe meinen gleich hier. Bist du abholen im Hauptgang? Ja. Ich habe ihn. Ich habe die Hülle. Ich habe die Hülle. Da hinten bist du? Ja, ich habe die Hülle. Siehst du mal hier, ne? Bist du lange gemogen? Döner-Power-mäßig, sage ich dir. Aua. Entschuldigung. Du bist deinen Weg gelaufen. Jetzt lauft er hoch. Was soll denn das? Ich wollte eine Fackel stellen. Ja, ja. Hochbauen. Hier mit Sand. Naturgetreu und so. So. Wow. Alles dunkel. Wie viele sind hier Monster? Ich glaube, das Monster ist noch nicht vorhanden, also. Hier ist alles zum Abbauen und so. Kohle. Noch mehr zum... Hier sind keine Monster. Hä? Was ist denn hier los? Hier sind hier keine Monster. Wow. Chunkloch. Ich habe ein schönes Chunkloch. Finde ich gut. So. Warte. Ich habe 51 Kohle in der Tasche. Ja. Das ist heftig. Hier hinten geht es auf jeden Fall weiter, aber da ist auch nichts, so wie ich das sehe. Ich schau mal, wie ist meine Helligkeit eigentlich? 50. Was geht eigentlich? Ah! Zombie! Ein Zombie. Du wirst ja immer noch fertig werden. Yeah! Muchacho-Style. Muchacho-Style. Was ist das denn? Ja, da kommen die ganzen Zombies her. Sollten Zombies nicht eine neue KI kriegen, dass die auch gegen die Strömung laufen können? Die können auch so gegen die Strömung laufen. Ich kriege davon aber ehrlich gesagt nichts mit. Die gehen vor allem um Wände rum und so. Die sehen jetzt, als wir die eigentlich überlegen, weil du bist ja eigentlich eher so der Typ, du läufst immer gegen die Wände, weißt du? Ich steck das auch nicht mit, dass ich die Wand laufe. Dann nach zwei Sekunden versuche ich es nochmal so. Hey, was ist da? Da ist irgendwas im Weg. Boom. So. Ich schau grad mal. Wir sind wieder nicht zusammen, ne? Nein, wir sind schon wieder verloren. Wir haben uns verloren. Ja, bei mir ist das Köln auch zu Ende. Doch, echt richtig. Hinter dir. Ja, bei mir war das auch so relativ vorbei. Hier oben ist doch überall. Lass mal ein bisschen was abbauen, ne? Nicht, dass sich das hier auch gelohnt hat. Ich hab erstmal alles gesichert jetzt hier. Ja, dann hol dir Eisen hier oben. Eisen, ordentlich. Dass wir uns hier nicht mehr über Eisen Sorgen machen müssen und erstmal hier keinen Bergbau mehr betreiben müssen. Läuft sie einmal durch, leuchtet alles aus, aber die Rohstoffe lässt dann links liegen. Erstmal gucken, ob da ein Creeper ist, der mich vielleicht tötet. Ach, keine Sorge. Oder bist du eher der aggressive Spieler? Eher so der Rusher, ne? Einmal aggressiv durch, wenn ich das Zischen, wenn ich das Eisen abbaue und so das Zischen hinter mir höre, dann fium, bam und dann kill ich den. No problem, Junge. For sure, yo. For sure, yo. Das ist gut. So, du bist da hinten. Ja, los hier. Die Kohle nehmen wir auch mit, oder was? Alles. Komm, mach am... Mach mal leer hier die Höhle. Big Mac. Du machst die leer. Ich hab nichts zu essen, oder? Doch, ich hab Zombie-Fleisch. Na, lecker. Das ist doch sehr nahhaft. Aber wir sollten, glaube ich, auch langsam zurückgehen, weil ich hab sechs Diamanten, die möchte ich nicht verlieren. Oh. Ich hab grad kurz überlegt, dass ich dir drei geb, dass das Risiko verteilt ist, aber dann dachte ich mir so, nein, lieber nicht. Komm, komm, vertrau mir ruhig. Kein Thema. Kein Thema. So, wo müssen wir noch lang? Hier runter. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Ey, hier ist ja nur bei Kohle, das gar nicht abgebaut. Ja, ja, das ist halt deine Aufgabe, weißt du? Ja, wie soll ich... Das ist die Mongo-Aufgabe. Ich sag so, ich... Weißt du, ich bin eher so der Typ, weißt du, ich lauf durch die Höhle durch und sag so, da abbauen, da abbauen, da abbauen. Und du bist so der Typ, der läuft hinterher und baust ab. Was? Hier haben wir die Höhle ja noch gar nicht ganz erforscht. Hier ist ja noch Redstone. Pilze. Pilze. Dies. Das. Mega mies Maß, Junge. So. Lava ist hier. Da sind noch Diamanten hinten. Echt? Jetzt hab ich dich gelacht. Du lügst, Junge. Natürlich. Merk ich doch sofort. Du und Diamanten niemals. Also, auf jeden Fall sind wir auf der richtigen Höhe? Ich bin auf der richtigen Höhe. Ich bin nämlich gleich da. Ich lauf gerade deine Mongo-Treppe hoch. Aus 10 oder 20 Materialien hast du die gebaut, ne? Das so abwechslungsreich ist. Smooth Stone, Erde, Sand, plötzlich mal. Kabel Stone. Da hast du eine fette Höhle, die hast du gar nicht erforscht. Echt? Ja. Ja, ich wollte es dir überlassen, weißt du? Wow. Alter, die ist ja unendlich. Alter, Belly. Geil, O-Matico. Ihr Eisen, Redstone on Mars, Gold. Ich brauche was zu essen. Kann man eigentlich Spinnenaugen essen? Ja, aber die machen gleich mehr Schaden, als dass die regenerieren. Ne, ich esse das jetzt. Oh, fuck, hast recht. Scheiße. Scheiße, jetzt sterbe ich. Ich sterbe, ich sterbe. Nein, in die Kiste schnell. Nee, doch nicht. Doch nicht. Keine Sorge, Junge. Du hast alles im Griff. Alles im Griff. Also fast. Ich muss mir noch mal ein bisschen Chicken hier grillen. So, ich schaue gerade mal. Also die Höhle geht umfüß dich doch zu Ende. Aber ich schaffe es nicht alles mitzunehmen, also alleine mache ich das nicht. Ich habe hier schon die wichtigen Sachen in die Kiste gelegt. Oder tue ich gerade in die Kiste? Boah. Ach, ja? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Wieso haben wir denn drei Bögen? Wir wollten einen Dispenser machen für diese mega Abwehrfalle. Du hättest die Spinnenseite vielleicht mal aufbewahren sollen für Betten? Ach, Schafe, stimmt. Mhm. Weil Schafe sind ja irgendwie nicht so. Ich bin ja gleich tot. Ja, dann komm hoch. Ja, bis ich jetzt wieder zurück bin, das dauert noch. Und ich habe nur verrottetes Fleisch. Du hättest das verrottete Fleisch. Ich hoffe, ich verdurste jetzt gleich nicht. Ey, ich verhunger. Ich sehe da vorne so eine schöne Blume. Ich überlege gerade, ob ich sie dir bringe. Aber nee, ist zu viel Aufwand. Oh mein Gott, habe ich... Boah, ich bin so tief hier drin, dass es nicht mehr feierlich ist. Junge, wir sind hier keine Schafe. Ich crafte mir mal irgendwas hier und fahre weg. Ja, ich komme jetzt auch endlich mal zu dir, damit wir mal wirklich was together machen. Wir sagen zwar, dass wir sind together, aber jeder spielt irgendwie für sich. Ja, aber ich muss immer so lange auf dich warten, weißt du? Da ist schon... Du läufst halt immer so weit weg. So. Ich glaube, jetzt habe ich den Rückweg gefunden. Ich hoffe es doch. Nein. Hä? Du bist nicht ernsthaft immer noch nicht da. Weißt du, da ist so ein Ausgang, da läufst du so hin und dann bist du da. Ja, aber... Ach, da! Ich sehe nicht mal deinen Namen. Wie tief bist du gesunken, Mongo? Ich bin hier... Oder geblieben. Ich crafte uns zwei Boote, ja, und dann fahren wir da los. Warte, 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 ich muss erst mal kommen. So, jetzt habe ich den Hauptweg, das ist gut. Hier die kleine Höhle. Das ist gut. Ja, hier bin ich richtig. Boah, haben wir gebaut wie zwei Menschen ohne Hände, ey. Ohne Kopf. Ohne Kopfverstand. Wie leistet ihr am Arsch der Welt? Sache ja. Das ist sehr gut. Ich sehe deinen Namen, Junge. Ich bin nicht richtig. Wie ehrlich das dauert. Ich hole uns hier mal die Boote an. Guck mal, es war Tag, ja. Wir hätten perfekt Expedition mäßig machen können, um Schafe zu holen. Stattdessen ist es jetzt schon wieder Nacht noch, weil du es so lange gebraucht hast. Ender, man. Oh, spinne, spinne, spinne. Na? Gleich vernünftig schlafen wir. Ja, hier wird's. Kann hier ruhig herkommen. Schaden macht die mir schon nicht. Ja, okay, die macht mir enorm Schaden. Ich brauche nur deren Strings, was ich natürlich nicht droppe, weil die asozial ist. Mongo, komm kurz zurück. Dann sammeln wir uns und dann machen wir in der nächsten Aufnahme richtig krass Action. Ja, ich hole mir nur einmal ein Boot ran. Okay? Okay. Okay, weißt du, ich steige so mies ins Boot. Nein. Immer steige ich ins Boot ein und sofort wieder raus. Ich bin mal so aus, als ich halt gucke den Enderman an und... Hey, wir sind wieder auf dem Boot. Hallo. Wieso kommt der Enderman nicht... Uah. Der ist weg. Doch, der ist gekommen. Komm, wir machen die zusammen fertig. Nein, nein, nein. Ich bin hier im Wasser. Ich auch. Eher, ups, Schiff kaputt. Pass schon, Tom. Attacke. Ja, ich bin hier im Wasser, da kann er nix machen. Mongo. Ja? Mach Attacke jetzt hier. Nix. Attacke hab ich gesagt. Creeper. Creeper. Mongo, Creeper. Weg vom Creeper. Der kriegt mich nicht. Ich lauf um den Baum rum. Doch. Nein. Der kriegt mich nicht. Jetzt kommt, nein. Oh, oh, ich hab ein halbes Herz nur noch. Lauf weg. Nein. Nein. Wie dumm du bist, Mongo. Ja gut, ich würde sagen, den Rest sehen wir trotzdem dann bei mir. Nein, ich muss jetzt deine Sachen holen, dann machen wir Schluss hier. Ja, warte, dann port ich mich kurz zu dir ran. Ich bin irgendwo jetzt in der Höhle gespawnt, also... Du bist in der Höhle gespawnt? Was ist denn da los? Ganz woanders, wo davor. Ich kann gar nicht alles einsammeln, was du hattest. Ich bin da. Sammel das ein, los. Warum? Sammel den Mist ein. Wo, ich seh nichts. Hä? Hier, komm zu mir. Wo ich steh, wo ich steh. Wo ist denn jetzt der Enderman hin? Kriegt der Schaden von Regen? Was für ein Opfer. Was für ein Opfer. Hier hin. Nein. Komm hier hin. Komm noch zu mir. Hier ist noch was. Ja, Erde. Hier, komm. Na, jetzt nicht. Komm hier hin. Ich seh. Und hier. Wieso? Blinder muss man hier hin. Wäre geil. Ja, gut. Ich würde sagen, kurz in die sichere Base und dann change mal wieder, ne? Ja. Ja, genau. In die sichere Base. Dann haben wir nicht die Mongo Action hier. Wir haben das hier auch schon wieder nichts geschafft. Naja, doch. Wir waren auf Expedition, ne? Ja. Und das war ja meine Folge, ne? In meiner Folge haben wir was Sinnvolles geschafft. Hm? Gut, ich hab auch... Wir müssen mal Tür oder so reinbauen. Ja. Erst ich durch vielleicht? So. Muss ich das grafen, ja? Dann würde ich sagen... Dann würde ich sagen... Change mir, ne? Okay. Bis dann. Tschüss.